Und heute gibt es mal hier ein Ründchen. Fangen wir mal klein an, mal gucken. Auch weg. Ah, wie wird man mit ne schicke Fümmerreihe hier? Kirsch, wer braucht denn die? Keinen Mensch. Dann nehmen die Decke, schick auf die Decke, dann nehmen wir ihn auch die Decke und rücken. Wirheben, nicht nur auf die Decke. Schafft nicht wirklich, da waren es doch noch 30, gehen wir auf 2. Der zuckt gar nicht, eine Nullrunde und heute gibt es mal eine Runde Rising Liner, schauen wir auch mal von so einem Strängelchen kriegen hier, los geht´s, durchrauscht, das ist jetzt zarte, 2 Euro, 16, falsche Farbe, dann könnt ihr ja nochmal ihn raus packen hier, gehen wir auf 2. 4 Euro, Wahnsinn. Tja, gibt´s auch gar nicht. Kommt, gehen wir. Ist ja nicht die Möglichkeit. Schwache Nummer, ey, gibt´s doch nicht. So hätte er aussehen sollen. Schade. So, dann schauen wir doch mal. Gucken wir doch mal, ob keiner guckt. Los geht´s. So, ja, ho. So, ja, ho. So, ja, ho. So, ja, ho. So, ja. So, ja, ho. So, ja. Das scheint wohl nicht die richtige Spielwahl gewesen zu sein hier heute. Das ging ja ratzfatz heimannischt und hier mal zehn Fallspiele auf geht's. Jongejongejonge, die sechs Euro jetzt doch mit 10 Cent einsatz heben können. Oh nicht besser. Probieren wir uns mal. Guck an. Sehr schön. Randikohlen. Und ein Rindchen Western Jack. Und ein Rindchen. Oh, er füllt sich. Sehr schön. Jetzt hat er noch eine neue Rindchen packt da. Das hat sich neu gelohnt. Randikohlen. Und ein Rindchen Sticky Diamonds. Los geht's. Oh, das ist ein Jennings Zett für die Lady Dominik. Und ein Rindchen Sticky. Und an der Rindchen. Und an der Rindchen. Aber dann ist das auch wieder hergekommen. kann aber besser gehen was soll es so schauen wir mal hier rein also wo ist die anderen auch noch Boah, ein Geizkrank, ich hab's da gar nicht, dann bleibt's mir 28. So, dann schauen wir noch mal was der für uns noch übrig hat hier. Okay, nicht das schlechteste Symbol, muss es nur noch kommen. Oh, das durchziehen von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, Mann. Zarte 48. Nehmen wir sie mit. So, schauen wir noch mal her. Oh, das war die Lücke zu. Oh, das gibt's doch nicht. Hm, das hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und hier haben wir mal 10 Freispiele. Na, wo stecken sie denn unsere Blechhelme? Na ja, wenn er die Reihe noch voll kriegt, reicht das auch. Ach, bähne zu tief da unten. 208. Wer hätte das gedacht? Ja, damit. Und hier meine Runde Freispiele. Zwei Euro Einsatz. Mal schauen, was das für uns gibt hier. Ja. 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 Hallo, es sind noch ein paar mehr hier. Ja jetzt wird's kein Problem. Schon gibt posten hier sehr viele P impressive durch den Fugger da. Sch穿 viele als 적el Disc์ in die Mieter kennenlernen und dich an und mich wieder anmerke、 Ich weiß nicht, ob hier was springt heute. 12,40m. Ah, schade. 6 und 0. Hm. Moment, unser Lichtlein. Du könntest ja schon mal langsam vorbeischauen hier. Hm. Kommt nicht in die Detail. 10,40m. Ah, drehen wir mal ein Stückchen. Oh, was machen wir los? Dreier. Jetzt sind die wenigsten Aluf in die Linie gepackt. Wenigstens 200 gewesen. Aber gut. Kann hier mal nur meckern hier. Wir gehen mal auf zwei. Die ja, die sind nicht so. Die ja, die sind so. Und das noch mal getroffen hätten. Wer weiß, wer weiß. Das wird man nämlich nicht. Wo ist das? noch mal so eine springrunde hier durchgefletzt wieder durch da da Das war doch mal. Das ist schon mal ein schönes Tal-Fartier. aber langsam knapp wieder jetzt haben wir eine richtige packung hier oder ist schon wieder feierabend ja das sieht ganz nach feierabend aus einmal nichts ist ja wohl ganz schön witzig und weg sind sie